Hallo liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Amöneburg, Castell und Kostheim. Wir? Mein Name ist Lisa Schramm und ich komme aus der Klasse 10b. Mein Name ist Anisio Sey und ich komme aus der Klasse 10b. Mein Name ist Chantella Santo und ich komme aus der Klasse 9b. Und mein Name ist Dens Leitsch und ich komme aus der 10a. Ja und zum Schluss, mein Name ist Roland Herrmann, ich bin der Schulleiter. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier an der Wilhelm-Neuschner-Schule zu unserer Online-Vorstellung. Ihr wollt wissen, wie eure neue Schule aussieht? Dann passt gut auf! Das war es selbe, wir wollen jetzt nicht mehr. Wir wollen in dem einen schwache Dach, wir wollen in dem einen doctorat zum Hagel. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen keine Schule. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen keine Schule. Wir freuen uns auf euch!